Hi Freunde, Modman hier. Heute kam das Spiel Nightingale endlich auf den Markt und wenn ihr angefangen habt zu spielen, kommt ihr ganz schnell zu einer Aufgabe, nämlich bekomme einen Gearscore von 20. Ich musste ja am Anfang ein bisschen suchen, wie genau das Ganze funktioniert, doch ich hab's am Ende herausgefunden. In diesem Video möchte ich dir erzählen bzw. zeigen, wie auch du ohne Probleme 20 Gearscore hinbekommst. Wenn dir das Video gefällt und weitergeholfen hat, dann gib ihm einen Daumen nach oben, hast du generell noch eine Frage oder Anregung oder Tipps für mich, schreib's mir gerne unten in die Kommentare und tu mir zwei Gefallen. Erstens lass gerne ein Abo auf meinem YouTube-Kanal da und zweitens lass gerne ein Follow auf Twitch da. Auch auf meinem Discord findest du viele Leute zum Nightingale spielen, also komm doch gerne dazu. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Video. Wie ihr sehen könnt, hab ich bereits 19 von 20 Gearscore und ich hab extra mit gewartet, den 20. Punkt abzuschließen, damit ich ihn für euch ins Video nehmen kann. Das Ganze machen wir nämlich mit der Simply Sea Wing Bench. Hier können wir nämlich Kleidung craften. Ihr seht, ich hab hier gerade ein Hemd gecraftet mit einem Wert von 20. Den Wert sehen wir oben immer, das ist der Gearscore-Wert. 20 und unsere Gearscore-Stufe, die hier gerade 19 betrifft, wird aus allen durchschnittlichen Werten zusammengerechnet. Ich zieh mir jetzt hier meinen Top an und wir sollten jetzt 20 Gearscore haben und auch die Quest completed. Diving Eva Faser. So, jetzt haben wir das Problem, die Simply, äh, Simple Sea Wing Bench. Wo bekommen wir die eigentlich her? Und das möchte ich euch jetzt zeigen. Die Simple Sea Wing Bench schalten wir nämlich beim Essenz-Trader frei. Wenn ihr ein bisschen weiter gespielt habt mit eurer Hauptstory, kommt ihr irgendwann an den Punkt, wo ihr den Essenz-Trader besuchen müsst. Dafür könnt ihr einfach mit M die Karte öffnen und seht hier einige kleine Symbole auf der Karte. Unter anderem den Essenz-Trader. Den sprechen wir an und wir sehen hier einige Sachen, die wir freischalten können. Zum Beispiel Simple Items, wie einen Hammer, den kaufe ich mir jetzt einfach mal. Oder unter anderem auch, ähm, Crafting Refinement, wie hier den, oder ein Sägetable, äh, Sägetable, Sägetable unter den Crafting-Sachen. Den Simple Sea Wing oder die Simple Sea Wing Bench. Eine Tanning-Tage-Sache und, und, und. Eine Fokusbank, das nehmen wir uns auch mal mit. Äh, und ganz viele Sachen, die wir uns herstellen können, beziehungsweise die wir freischalten können, zum Herstellen, die uns im Spiel verbessern wollen. Wie kriegen wir jetzt Essenzen im Spiel, damit wir diese Sachen herstellen können? Ganz einfach, wir nehmen Sachen, die wir gesammelt haben, wie zum Beispiel dieses Fiber, und können das Extracten. Zum Extracten, oder für das Extracten, bekommen wir dann diesen Essenz-Staub, den wir dann beim Essenz-Trader ausgeben können. Unter anderem können wir das aber auch einfach in der Welt finden. Das liegt manchmal auf dem Boden rum. Oder wenn wir Gegner besiegen, können sie auch diesen Essenz-Staub fallen lassen. Also, geht einfach, wenn ihr unterwegs seid, durch die Berge, beziehungsweise durch die Städte, und nehmt einfach alles mit, bis euer Inventar voll ist. Und, äh, wenn ihr zu viele Sachen habt, zerteilt die einfach in diesen Staub. Denn den Staub könnt ihr für viele Sachen gebrauchen, wie zum Beispiel für den Essenz-Trader. Oder auch zum Reparieren eurer Sachen. Einfach Repair All kostet mich hier 104. Also, sehr viel. Dafür würde ich dann alle meine Sachen reparieren können. Und mit wertigeren Sachen können wir mehr Schaden machen, zum Beispiel, oder besser abbauen. Wenn wir jetzt hier diesen Tisch freigeschaltet haben, könnt ihr einfach wieder auf M, beziehungsweise auf die Karte gehen mit M. Ich gehe hier nochmal kurz rein und schaue, ob ich hier noch was freischalten möchte. Äh, Crafting Refinement, zum Beispiel den Simple Saw Table oder einen Smelter, damit wir unser Eisen verarbeiten können. Äh, ihr könnt euch hier einfach mal durchklicken. Hier gibt es ziemlich viele Sachen, also zum Beispiel eine Angel, wir haben hier einen Regenschirm, wir haben hier einen Hammer, den Mall. Ähm, dann haben wir hier Realm Cards, die wir benutzen können, um in neue Gebiete zu kommen. Wir haben hier Lichtquellen, also Light, wie zum Beispiel eine Kerze oder eine Tischlampe und, und, und. Wir haben hier Buildings, äh, also, ähm, Dächer zum Beispiel. Crafting Refinement, wie hier unseren Sägetisch, wir haben hier Crafting Sachen generell, wir haben Ressourcen, die wir bekommen, beziehungsweise freischalten können. Wood Bundle zum Beispiel, Bones Tier 1, und, 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 also ziemlich viele Sachen, die wir freischalten können, die uns dann nochmal verbessert werden, beziehungsweise die uns mehr brauchen. Ich nehme das Ganze hier mal mit, um das Ganze zu testen. Sage ich euch dann im nächsten Video, wie es geworden ist, oder auch Consumable Items, wie eine Wasserflasche. So, wenn wir jetzt hier genug geshoppt haben und zurück zu unserer Base wollen, können wir ganz einfach die Karte öffnen und hier einmal zum Travel to Respite. Meine Base ist hier hinten. An sich macht es schon Sinn, seine Base relativ nah hier an dem Essenz Trader zu bauen. Habe ich leider erst zu spät gemerkt, vielleicht werde ich nochmal umziehen, denn dann können wir einfach über die ganze Welt travelen und können dann ganz einfach mit Travel to Respite wieder zurück zu unserer Base kommen und können unsere Sachen hier verarbeiten, beziehungsweise nutzen. Ja, jetzt können wir uns den Simple Searing oder die Simple Searing Bench bauen und hier können wir tatsächlich ganz viele neue Kleidungsstücke bauen, nämlich einfache Handschuhe oder einen einfachen Turban. Und dieser hat, oder diese Sachen haben einen Gearscore von 20, die wir dann ausrüsten können, wenn wir sie gebaut haben. Das Ganze ist sehr, sehr ätzend zu farmen, weil wir extrem viel Leder brauchen und Leder bekommen wir von Tieren. Also viel Spaß beim Fahren. Wenn ihr das Ganze umgesetzt habt und die Sachen dann habt, könnt ihr somit euren Gearscore bis auf 20 pushen. By the way, ihr könnt auch Waffen bauen, wie zum Beispiel hier in der Armbrust. Die können wir dann ganz einfach mit R, ich schieße einmal mit R nachladen und dann auch so benutzen. Hier unten kommt die Munition rein. Ich sitze genau davor. Wartet mal, ich blende mich mal kurz aus. Hier unten kommt die Munition rein. Die können wir auch an unserer normalen Workbench einfach erstellen. Ihr seht es hier, Rockmarbles kosten 6 Steine und damit können wir dann unsere Armbrust laden und mit der dann auch schießen. So, ich mache mich nochmal kurz an. Ja, und das war mein kleines Video bzw. mein kleiner Guide, wie ihr euren Gearscore verbessern könnt. Wenn ihr wieder neue Sachen freischaltet, zum Beispiel bessere Rüstung, könnt ihr damit natürlich auch euren Gearscore weiterhin upgraden und auch über 20 hochbekommen. Ja, das war es mit dem Video. Wenn es euch weitergeholfen hat, gebt einen Daumen nach oben. Habt ihr generell noch Fragen, Anregungen oder irgendwelche Tipps für mich, gerne unten in die Kommentarbox. Lasst gerne ein Abo auf YouTube da, lasst ein Follower auf Twitch da. Ich werde in der nächsten Zeit das Game einige Zeit auf Twitch streamen und würde mich freuen, wenn ihr dazu kommt. Und ja, kommt auch gerne auf den Discord. Den Link findet ihr unten. Da könnt ihr einige Mitspieler oder zum Austauschen auch finden. Einen Channel dafür habe ich bereits eingerichtet. Ja, das war es mit dem Video. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten wieder. Bis dahin, Freunde, euer Mottenmann. Ciao!